Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business Spotlight. Mein Name ist Diana Walter von Action Coach Thüringen und ich führe heute mein Interview mit Anke Meifahrt von der TDIRO GmbH. Hallo Frau Meifahrt, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser kleines Interview. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Frau Meifahrt, erzählen Sie uns doch mal am Anfang, was Sie im Unternehmen machen und was TDIRO macht. Was heißt TDIRO eigentlich? TDIRO steht für Therapie- und Diagnostikroboter und wir haben das abgekürzt TDIRO und das H zwischen T, also für Therapie sozusagen, das haben wir weggelassen, weil das immer zu Fehlern führen kann und dann auch schöner aussieht. Also deswegen TDIRO. TDIRO. Genau. Und was machen wir bei TDIRO? Also in einer Zeit von knappen personellen Ressourcen im Gesundheitswesen entwickeln wir bei TDIRO einen autonomen navigierenden Therapie- und Diagnostikroboter. und das ist eine Therapie-Plattform oder eine Roboter-Plattform gedacht für verschiedene therapeutische Anwendungen und unser Therapie-Roboter kann standardisierbare Tätigkeiten, also immer wieder gleicher Ablauf, immer wiederkehrende gleiche Abläufe übernehmen und da Daten erheben und Therapieempfehlungen an Patienten abgeben. Und unsere erste Anwendung ist das Gangtraining an Unterarmstützen. Dabei werden die Patienten innerhalb eines Ganges auf den Therapie-Fluren oder Klinik-Fluren beispielsweise begleitet. Der Roboter hat eine Kamera an Bord und auch ganz viele andere technische Raffinessen und mittels dieser Kamera wird die Bewegungsabläufe des Patienten erfasst. Und wenn der Patient von den gewünschten Bewegungsabläufen und gewünschte Bewegungsabläufe haben Therapeuten innerhalb der Entwicklung dieser Applikation festgelegt, das sind erwünschte Abläufe, das sind falsche Abläufe, da erhalten die Patienten mittels einem audiovisuellen Interface Rückmeldungen. Was heißt audiovisuelles Interface? Das ist, wir haben ein Display und auf diesem Display werden die Korrekturempfehlungen auch schriftlich nochmal den Patienten gezeigt und auch noch mit einem grünen oder roten Hintergrund hinterlegt. Das heißt, dass die Patienten sehen mit einem Blick, das ist jetzt eine Korrektur oder ich mache jetzt alles richtig. Und auch dieses Audio, also es gibt einen Lautsprecher an Bord und diese Korrekturempfehlungen werden auch gesprochen. Durch den Roboter. Und das ist sozusagen das, was dann die Patienten erhalten. Am Ende von jedem einzelnen Training erhalten die Patienten auch die Zusammenfassung ihres Trainings. Das heißt, wie weit sind sie gelaufen, wie viel Zeit haben sie trainiert, was haben sie sozusagen richtig gemacht. Und die Therapeuten erhalten im Anschluss des gesamten Trainingsablaufes oder des gesamten Trainings der Patienten dann auch so, was haben sie vom ersten Tag Trainingseinheit bis zur letzten Trainingseinheit, was haben die Patienten für Fortschritte gemacht. Und man kann das sozusagen visualisiert darstellen, die Fortschritte des Patienten. Das kann man den Patienten natürlich für die Patientenakte mitgeben, auch für die weiter behandelnden Therapeuten, aber auch für den Patienten nochmal als Sichte, also dass Sie sehen, ich bin erfolgreich. Ich habe das gut gemacht. Das ist ja auch Motivation für die Patienten. Genau. Das ist sozusagen unsere erste Anwendung. Und was mache ich bei TDIRO? Ich bin eine der Gründer. Also ich bin die Gründerin. Ich habe noch einen Mitgründer. Das ist der Christian Sternitzke. Ich bin verantwortlich für das operative Management, für die Produktentwicklung, für die Regulatorik, das Qualitätsmanagement, die Umsetzung des Qualitätsmanagements bei uns im Unternehmen. Das ist so meine Hauptverantwortung. Und wie kommt man auf die Idee, einen Therapieroboter zu entwickeln? Wenn Wissenschaft in die Klinik kommt. Also das heißt, die TU Ilmenau kam mit ihrem Projektpartner der Firma Metralabs, das sind unsere auch jetzigen Partner, die mobil navigierende Roboter für Industrie und Handel entwickeln. Die kamen innerhalb eines Forschungsprojektes mit einer Anfrage auf uns, als ich damals in Eisenberg tätig war, zu und haben gefragt, was kann man denn auf so einem Roboter alles tun? Wovon könnten Therapeuten im Bereich der Orthopädie profitieren? Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, war im Klinikmanagement. Physiotherapeuten dort waren auch stark involviert in die physiotherapeutische Tätigkeit. Aber mit meinem Hintergrund, ich war ja im Klinikmanagement tätig, war ich eben studierte Physiotherapeutin, bin es auch immer noch, und habe Projektmanagement im Haus Eisenberg gemacht. Und dann passte das sozusagen ganz gut, zu sagen, mit deinem Hintergrund arbeitest du jetzt an dem Thema, zieh mal zu, dass das Forschungsprojekt bei uns umgesetzt werden kann. Also das war sozusagen der Hintergrund. Und so kommt man dann, man verliebt sich dann in so eine Möglichkeit, sage ich jetzt, als Therapeut. Ich fand das dann sehr faszinierend und bin dann zu dieser Roboterfirma gewechselt, zu der Firma Metralabs innerhalb des Forschungsprojektes, weil ich eben auch fand, dass man versuchen muss, dieses Geschäftsmodell auch mal auf die Umsetzung zu bringen. Und da musste eben, bei Metralabs gab es dann niemanden. Und da bin ich dann eben zu der Firma gewechselt, die die Roboter herstellen. Und dort haben wir dann das Geschäftsmodell überprüft, ist es denn bei der Firma umsetzbar, weil das aber ein Medizinprodukt ist, haben wir diese Sparte getrennt und sind dann eben mit dem, der Christian Sternitzko und ich dann gesagt, wir gründen aus. Und so kam es eigentlich. Und die Idee, ich sage mal, das Patent ist angemeldet mit zehn Erfindern. Also da sind wirklich viele Leute involviert gewesen, die diese Idee sozusagen hatten. Die Idee der Plattform, der Roboter-Plattform ist allerdings eine Idee, die definitiv bei den TDIRO-Gründern, also Christian und mir liegt, dass wir sagen, wir machen nicht nur eine Anwendung auf dem Roboter, sondern wir machen den Roboter für viele verschiedene Anwendungen. Denn nur das eine Gangtraining an Unterarmstützen ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist die Entwicklung so einer teuren Hardware wie dieses mobilen Navigationsroboters wert. Und wer ist dann Ihr idealer Kunde? Sind das Physiotherapien oder sind das Krankenhäuser? Das sind Krankenhäuser oder Rehabilitationseinrichtungen, also Einrichtungen, die längere, größere Klinikflure beispielsweise haben, wo man diesen Roboter eben über einen längeren Zeitraum regelmäßig einsetzen kann. Genau, also der ist so groß für zu Hause definitiv nicht geeignet. In Pflegeheimen kann man das langfristig gesehen, größeren Pflegeeinrichtungen kann man das auch nutzen, wo beispielsweise Physiotherapieeinrichtungen oder großes Physiotherapieequipment ist. Und seit wann gibt es da eine Möglichkeit? Wir haben 2020 gegründet im Mai, also mitten in der tiefsten Corona-Krise haben wir gegründet. Und ja, das war die wichtige Info, die Sie gefragt hatten. Sehr gut. Sie haben eben gesagt, also klingt nach einem riesigen Erfolg, allein ein Produkt auf den Markt zu bringen, das es vorher nicht gab. Nein, das ist es noch nicht. Da muss ich Sie unterbrechen. Wir haben ein Produkt entwickelt, es ist noch nicht auf dem Markt. Also der Erfolg, wenn Sie es jetzt da dran messen, und das, sagen wir es mal so, das ist mein Messfühler, es ist wirklich ein Erfolg, wenn es auf den Markt kommt. Also das ist, wenn wir das schaffen. Das ist es noch nicht, weil das ist ein Medizinprodukt, das zugelassen werden muss, ein Medizinprodukt der Klasse 1. Da braucht man bestimmte regulatorische Vorgaben erfüllen. Und da sind wir gerade dabei. Also wir wollen uns Ende Dezember diese, ja, Ende Dezember wollen wir das Produkt auf den Markt bringen und die Konformität erklären. Und ab nächstem Jahr ist es so, dass wir das auf den Markt bringen können und dann sozusagen vertreiben dürfen. Und dann geht, also eigentlich geht jetzt die Arbeit schon los, weil wir jetzt davon ausgehen, nächstes Jahr müssen wir, wollen wir das Produkt, dürfen wir es vertreiben. Und dann müssen wir natürlich auch entsprechend jetzt schon losgehen, Geschäftsanwarnung, Vertrieb vorbereiten und loslegen. Genau, am Ende des Tages bringen Sie ja auch Technologien aus verschiedenen Bereichen zusammen mit dem Therapieroboter. Und wenn Sie schon jetzt sagen, das ist nur der Anfang, dass es die Stütze fürs Laufen ist, dann kommen da garantiert noch mehr Ideen und Möglichkeiten, wenn er erst mal im Einsatz ist. Und wenn echte Menschen mit dem echten Roboter üben und lernen. Ich glaube, das ist eine sehr coole Sache, die Sie da vorhaben. Jetzt sind Sie seit 2020 Unternehmerin, kommen eigentlich aus dem Gesundheitswesen, haben dort sicherlich eine ganze Weile auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Was ist so die wichtigste Erkenntnis, die Sie als Unternehmerin lernen mussten in den letzten drei Jahren? Ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, das, was ich mache, also Technologien zusammenzubringen. Ich habe meinen Hintergrund, ich habe meinen physiotherapeutischen Hintergrund. Und ich musste lernen, wirklich open-minded, immer sagen, das ist mein Blumenstrauß an Möglichkeiten. Das kann ich bieten und ich kann das nicht allein. Also das Team ist entscheidend und das Team kann mich nur dort unterstützen und richtig unterstützen, wenn es inhaltlich komplett mitgenommen ist. Das heißt, wir müssen für uns immer ganz klar kommunizieren, wo wollen wir hin, was ist die Strategie. Und wir müssten uns möglichst daran halten. Also das ist so die Vorgabe, wir müssen das tun. Und bei Strategiewechseln dann auch wieder einmal gesagt, ist gehört, aber nicht verstanden. Und dann immer wieder sagen, was hat das für Auswirkungen, was hat das für Konsequenzen? Weil Hintergrund ist der, wir haben tatsächlich gerade einen im regulatorischen Bereich kleinen Strategiewechsel hinter uns und diesen Strategiewechsel erfordert, und das war das, was wir als Unternehmer lernen mussten, dass es wichtig ist, dass das Team hinter den ganzen Dingen steht, um es verstehen zu können und auch umsetzen zu können. Also das ist der wichtigste Punkt, weil ansonsten steht man selbst da und setzt es selber um. Und dafür braucht man sich die Leute nicht zu holen. Genau, dafür braucht man kein Team, wenn man es eh selbst macht. Da haben Sie vollkommen recht. Sie hatten eben schon erwähnt, Sie haben mitten in der Covid-Krise gegründet, hat sich dadurch das Geschäftsmodell oder die Vorgehensweise verändert? Also haben Sie da irgendwas anders gemacht? Ich meine, gut, Sie haben keinen Vergleich zu vorher, wie wir schon angefangen haben, aber haben Sie das eigentlich? Es hat eher bestätigt, dass so ein Therapieansatz, eben so eine Technologie halt tatsächlich gerade in Zeiten wie Covid, das wäre halt genial gewesen, es da schon gehabt zu haben. Also das war so fast ein bisschen, wir hätten da offene Türen eingerannt. Jetzt, wenn man weiß, was es bedeutet, Hardware mitzuentwickeln und auch zulassungsfähig zu machen im medizintechnischen Bereich, regulatorisch gesehen, weiß man, dass es so lange dauert, aber das wusste ich damals nicht. Also das sind auch Sachen, Erkenntnisse, die ich so gewonnen habe, dass Entwicklung von Produkten halt manchmal auch etwas länger dauern kann, als man ambitioniert plant. Das führt mich direkt zur nächsten Frage, weil unsere Zuhörer interessiert natürlich am meisten die unternehmerischen Probleme, die sie überwunden haben, um einfach daraus zu lernen, so eine Art Best Practice. Und Sie haben eben schon angeführt, Sachen dauern länger, als man eigentlich geplant hat, als eine der Erkenntnisse. Sind Ihnen noch andere Erkenntnisse parat, wo Sie sagen, das sollte ich unbedingt unseren Zuhörern kurz zeigen, dass sie in diese Falle nicht reintappen? Naja, man muss im Bereich der Regulatorik definitiv sich gut informieren oder informieren lassen. Und da ist es wichtig, auch wenn die erfahrenen Leute etwas teurer sind, das ist meine Erkenntnis, die erfahrenen Leute, also wenn man die nicht an Bord hat, bezahlt man sie trotzdem, weil es dann die Berater sind, die man sich dazu holt, oder die Anwälte für Medizinrecht etc. Also gerade bei uns jetzt im medizintechnischen Bereich. Und hier geht es darum, wir haben innerhalb, also ich sage mal seit 2017 wurde die MDR angekündigt, diese ganzen regulatorischen Veränderungen innerhalb von Europa wurden ewig angekündigt, aber das alles zu verstehen und umzusetzen und daraus noch geschickt ein ordentliches Geschäftsmodell zu finden und natürlich auch ordentlich Umsätze zu generieren. Also das ist halt so, diese Wege zu finden, um relativ schnell Umsätze machen zu können, erfordert auch eine andere Denkweise und erfordert auch gute Leute, erfahrene Leute. Also es geht nicht nur um das Wissen, dass man diese ganzen regulatorischen Dinge kennt, sondern dass man sie so geschickt anwenden kann, dass man ein Startup gut beraten kann oder dass ein Startup gut beraten ist, schnell Umsätze zu generieren oder Umsätze generieren zu können. Also es gibt ja dieses Sprichwort im Vertrieb, gute Vorbereitung ersetzt Fehler, teure Fehler. Also den Experten ins Team holen und dann nach draußen gehen, als sich die blutige Nase holen. Das ist so ähnlich, wie Sie es auch gerade beschrieben haben. Was wünschen Sie sich dann so für die nächsten fünf Jahre für Ihr Unternehmen? Wo soll es hingehen? Schnell weitere Applikationen zu entwickeln. Also mein größter Wunsch für die nächsten fünf Jahre ist, die erste Applikation auf den Markt zu bringen und so schnell und so gut weiterzuentwickeln, dass das auch auf andere Fachbereiche, nicht nur Orthopädie, Chirurgie, sondern eben auch auf Neurologie und auch auf geriatrische Patienten anwendbar ist. Das wäre so der Wunsch für die nächsten fünf Jahre, dass wir aus dem Therapieroboter auch einen Diagnostikroboter machen können. Also wirklich uns in die Breite weiterentwickeln. Das ist der Wunsch für die nächsten fünf Jahre. Das klingt auch wie eine logische Entwicklung fürs Unternehmen. Jetzt weiß ich, Sie sitzen mit Ihrem Unternehmen in Ilmenau und in Leipzig. Beschäftigungssituation, glaube ich, ist an beiden Standorten ganz gut aufgrund der Infrastruktur. Oder sehe ich das falsch? Also Sie haben genügend Fachkräfte in Ihrem Umfeld in Ilmenau, wahrscheinlich durch die Berufsschule, die Uni. Leipzig wahrscheinlich sowieso aufgrund der Menge der Menschen, die in diesem Großraum wohnen. Dürfte eigentlich Fachkräftemangel für Sie kein Thema sein? Also grundsätzlich ist es trotzdem so ein spezieller Bereich, dass wir trotzdem sehr gezielt suchen müssen. Und vor allem im Bereich der Regulatorik ist relativ viel Bewegung am Markt, weil die Leute jetzt ihre Erfahrungen sammeln regulatorisch. Also Qualitätsmanagement ist so viel Bewegung im Markt, dass auch die Leute, dass da ein relativ häufiger Wechsel stattfindet in diesem Bereich. Und meine Erfahrung in dem Bereich mit den Fachkräften an sich ist tatsächlich, dass die Leute, die Arbeitnehmer sich den Arbeitgeber immer mehr raussuchen. Also das ist so, man muss sich präsentieren, und die Aufgabe, die wir bei TEDIRO jetzt haben und in der HR-Abteilung sehen, ist tatsächlich, diese Sinnhaftigkeit, die muss da sein. Wenn die Leute diese Idee, ich sage jetzt mal, cool finden, dann kommen sie, weil sie die Idee cool finden, und dann bleiben sie an Bord und wollen das weiterentwickeln. Und das ist dann unsere Aufgabe wieder als Führungskräfte in dem Fall, dann sie in diese Entscheidungen mit einzubeziehen, wenn wir unser Produkt weiterentwickeln. Also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist ein Arbeitnehmermarkt mittlerweile geworden. Also ich kann mir die Leute nicht so raussuchen. Bei uns ist es spezielle Anwendung. Wir brauchen spezielles gezieltes Wissen, und das müssen wir dann auch gezielt bespielen und die Leute mitnehmen und involvieren in die Produktentwicklung. Das nimmt meine nächste Frage schon vorweg, nämlich was Sie als Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern, Ihrem Team gelernt haben. Und Sie sagen gerade eben, man muss die Leute mitnehmen. Sie müssen den Sinn erkennen in dem, was das Unternehmen an sich tut. Gibt es dann noch einen anderen Punkt, den Sie sozusagen aus Arbeitgebersicht gelernt haben in Ihrem neu gegründeten Unternehmen? Naja, Führungsarbeit, also ich sage jetzt mal, ich hatte schon viel Erfahrung in dem Bereich, habe auch sehr viel Wissen schon mitgebracht. Aber wenn man dann jetzt wirklich permanent immer an der Spitze ist, ist meine Erfahrung oder Erkenntnis, dass Kommunikation und Führungsarbeit das Wichtigste im Unternehmen ist und dass das nie vergessen werden darf und das aber Führung auch einsam macht. Also das heißt, entweder schafft man es als Führungskraft und in dem Fall, ich habe ja immer die Rolle, ich bin in meinem Unternehmen genauso Physiotherapeutin wie aber auch manchmal die Geschäftsführerin und manchmal bin ich beides. Und da muss man sagen, ich bin jetzt in der Rolle X, ich mache jetzt das und das oder ich will jetzt das und das wissen und ich muss mir jedes Mal aktiv ein Feedback einholen. Ich versuche das auch, aber man muss natürlich den Leuten auch zugestehen, die man dann da führt, dass es halt auch immer nicht einfach ist, ein echtes Feedback zu geben, weil man denen ja immer als Geschäftsführer und Arbeitgeber gegenüber sitzt. Und da so eine offene Kommunikation und so ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, das ist, glaube ich, wichtig in der Führung, dass man dieses Feedback erhält, wenn man etwas vielleicht nicht ganz so korrekt tut, aber man kann sich ja nur verbessern, wenn man ein gutes Feedback bekommt. Und das bekommt man nur, wenn man es aktiv einfragt. Stimmt. Und Sie haben eben ganz am Anfang der Frage einen sehr wichtigen Satz gesagt, nämlich Führung macht einsam. Und das ist auch etwas, was ich von vielen Geschäftsführern, die mit uns im Kontakt stehen oder mit uns arbeiten, auch mitkriege. In dem Moment, wo man Geschäftsführer ist, hat man eine andere Rolle und einen anderen Status und andere Verantwortung und kann nicht alles das, was man gerne diskutieren möchte, mit seinen Mitarbeitern teilen. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch so ein unternehmerisches Netzwerk hat, in dem man sich als Mensch auch mal öffnen kann und Dinge diskutieren und Fragen stellen kann oder Feedback einfordern kann von einer anderen Ebene, von Kontakten. Das ist, glaube ich, etwas, was jeden Unternehmer, jeden Geschäftsführer in Deutschland eint, diese Einsamkeit in der Führung. Ja, das ist eine Erkenntnis, die fällt einem dann schon erst mal auch am Anfang auf die Füße. Und ich sage, ich habe zum Glück ja noch einen Mitgründer, der mir ja auch in der Art und Weise ein anderes Feedback auf einer anderen Ebene geben kann. Genau. Aber er kriegt auch nicht alles mit. Das heißt, man muss es ja immer aus der einen Sicht heraus berichten an den im Unternehmen tätigen anderen Geschäftsführer, der aber im operativen Bereich teilweise das nicht alles mitbekommt. Und hier müssen wir dann auch wieder, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch mal in so eine Gender-Diskussion. Und jetzt kommen wir wieder in die Frau als Führung. Ja, also das ist auch noch mal eine Rolle. Man ist eine Frau und man ist eine Führungskraft, was bei Männern, wenn die ein Feedback oder das einordnen sollen, auch noch mal zu anderen Einschätzungen führen kann, von denen wir uns eigentlich lösen sollten. Bei Frauen anders führen. Und da ist es vielleicht auch manchmal ganz, also ist mein Eindruck. Und man hat ja Persönlichkeiten. Also man muss das alles einordnen. Man muss seine eigene Persönlichkeitsstruktur kennen. Man muss die Struktur von den anderen Personen kennen, die Strukturen oder Persönlichkeitsstrukturen der Mitarbeiter irgendwo mit einbeziehen. Und dann wird es immer wieder spannend. Aber da muss ich jetzt mal nachfragen, weil jetzt wird es richtig, richtig spannend. Führen sie anders, weil sie eine Frau sind? Oder führen sie einfach, weil sie Anke sind? Ja, dann sagen wir so, dann bin ich Anke. Und oft wird, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, oft wird da Frauen mehr Emotion, mehr Emotionalität hinterlegt. Und dann ist Anke Maifa tatsächlich auch ein emotionaler Mensch, der eben auch mal Gefühle zeigt. Und diese Gefühle, das können manchmal heftig sein, also heftig, also Emotionen, wenn man enttäuscht ist zum Beispiel, dass man dann tatsächlich das auch so zeigt, dass man damit natürlich umgehen muss, in so einer Rolle dann in dem Fall als Geschäftsführer. Das sind so Sachen, das gehört da definitiv mit rein in die Führungsarbeit. Aber wichtig, sie sind wichtig. Und ich finde es gut, dass man Emotionen zeigt und dazu stehen kann. Dass man eben, ich sage es mal, auch eine ganz andere Emotion ist, aufgeregt sein bei Pitches. Vorbereitung bedeutet für meinen Mitgründer zum Beispiel, er bereitet sich immer sehr gut vor, sehr gewissenhaft. Ich bin auch sehr gewissenhaft, aber eher in dem, ich muss den Pitch viel, viel mehr üben für mich als zum Beispiel meinen Mitgründer. Weil ihm ist es relativ egal, sage ich jetzt mal. Mir ist es eben nicht egal. Ich kann nicht damit umgehen, wenn ich die Leute im Raum nicht mitnehme, wenn ich für mich verhaspele. Also das sind so Sachen, ich glaube, das ist aber vielleicht dann auch die Persönlichkeitsstruktur, die da noch mit eine Rolle spielt. Und ich glaube, es ist Übung. Und da muss ich jetzt spontan einen Buchtipp einschieben. Mache ich eigentlich nicht. Normalerweise ist das jetzt ein ganz normales Interview, aber heute nicht. Ein Buchtipp. Pitch anything. Ein amerikanisches Buch. Extremst gut, das erklärt, wie man wirklich Vertriebspitches macht. Mit einer Struktur, die so nachvollziehbar ist und so genial, kann ich nur empfehlen. Also Pitch anything. Mir fällt der Autor gerade nicht ein. Aber ein sehr geniales Buch lohnt sich als Hörbuch oder als Lesebuch zu lesen. Gut. Schreibe ich mir gleich auf. Genau. Das war mein Rat. Aber jetzt kommt die letzte Frage in unserem Interview. Welchen Rat hätten Sie an Ihr 18-jähriges Ich? Ja, das ist wirklich, ich habe, mein Sohn hat am Freitag letzte Woche, deswegen fällt es mir auch so spontan ein, 18. Geburtstag gehabt. Und deswegen ist mir das so ganz, ganz schnell, ganz präsent, dass Fehler machen kein Problem ist, sondern dass das Problem ist, diese Fehler zu wiederholen. Also man muss aus diesen Fehlern lernen. Man muss sie analysieren und sagen, es ist kein Problem, dass ein Fehler passiert, sondern das Problem ist, wenn du die Fehler nicht analysiert hast und sie dann wieder machst. Dann ist es doof. Ansonsten, weil ich habe es wirklich deswegen so präsent, weil ich das ja gerade erst mit meinem Sohn so besprochen hatte, meine Eltern haben mir das immer mitgegeben. Du musst lebenslang lernen, du musst an dich selbst glauben, sei offen gegenüber Veränderungen. Also das habe ich von meinen Eltern wirklich alles mitbekommen. Aber mir hat keiner gesagt, dass Fehler nicht schlimm sind. Für mich war das wirklich in meinem ganzen Berufsleben, du musst gut sein, du darfst dir keine Fehler erlauben. Ich kenne es ja noch, dass es einen Arbeitgebermarkt gibt und man musste immer perfekt sein. Und eigentlich ist es ja, finde ich, gerade als Physiotherapeut, wenn man am Anfang im Beruf steht, man macht Fehler. Also man kann ja nicht alles wissen. Aber auch in den Praktika, dafür hat man sie ja, dafür gab es ja Mentoren, die einem gesagt haben, das ist falsch. Und selbst das war damals für mich eine völlig unangenehme Situation. Ich glaube, diese Fehlerkultur kam jetzt erst in der Zeit. Und das muss man aber seinen Kindern auch immer wieder, finde ich, beibringen. Und deswegen ist das für mich der wichtigste Rat an mein 18-jähriges Ich. Fehler machen, sind okay. Was wollten Sie wählen, als Sie Kind waren? Was ich als Kind? Oh Gott. Ich wollte immer mein eigenes Kaufhaus haben. Habe ich nicht ganz geschafft, aber ich habe zumindest Handelsbetriebslehre studiert. Also ich habe den, ich habe meine Berufswahl gemacht, also ich habe Physiotherapeut. Eigentlich wollte ich Zahnärztin werden, so ganz am Anfang und bin aber über dieses Zahnärztin und was bin ich dann dahin gekommen, dass ich, meine Eltern wollten, dass ich Germanistik studiere. Das wollte ich definitiv, ich habe Journalistik. Und dann habe ich mir selbst Physiotherapeutin ausgesucht. Das war eben kein Studium und ich fand den Beruf, finde ihn immer noch, also ein ganz toller Beruf. Ich habe das dann studiert und habe dann nochmal Management im Gesundheitswesen studiert, weil ich eben in diesem Bereich einordnen wollte. Ich habe dann Masterabschluss im Management im Gesundheitswesen gemacht, einfach um auch in dem Beruf selbst viel, viel breiter aufgestellt zu sein. Also Führungsthemen, Gesundheitsökonomie, überhaupt auch wirtschaftliche Dinge besser einordnen zu können. Als Physiotherapeut ist man ja doch irgendwann mal, wenn man sich selbstständig macht, auch Unternehmer. Und dann kommt man mit einem altruistischen Denken, was man hat als Physiotherapeut, auf einmal in so ein, man muss auf einmal sich damit beschäftigen, dass man Leute anstellt, dass man dann sein Geschäftsmodell hinterfragt. Und das waren so alles Dinge, die mich dazu bewegt hatten, meinen Beruf nochmal zu ändern, also meine Ausrichtung nochmal zu ändern und dann nochmal in die Richtung Management zu gehen. Betriebswirtschaftslehre, das hat man ja alles in seiner Ausbildung überhaupt nicht mitbekommen. Und als ich dann das erste Studium gemacht hatte, dieses Bachelor of Science, also diesen mehr wissenschaftlichen Ansatz, da ging es um dieses reflektierte Praktiker, da fand ich es damals wirklich auch sehr wichtig, seinen eigenen Berufsstand selbst verbessern zu können. Also man kann ja nur besser werden, wenn man die Wissenschaft kennt. Und wir hatten damals in Deutschland nicht die Möglichkeit, dass der Berufsstand akademisiert war, also dass wir oder andere Studienzweige gewechselt, um selbst ihre eigenen Tools oder ihre eigene Therapie am Ende wissenschaftlich oder evidenzbasiert sozusagen arbeiten zu können, um das einordnen zu können. Das fand ich damals eigentlich sehr schade und habe gedacht, das muss man ändern. Aber wie gesagt, dann kommen immer mehr Blumensträuße oder Möglichkeiten dazu, was mich dann sehr open-minded gemacht hat und mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Heißt das, Sie würden eigentlich alles nochmal genauso machen wie Ihnen? Ja. Sehr gut. Ich würde es nicht nochmal anders machen, also wirklich, ich würde es nicht nochmal anders machen, weil es ist, wie gesagt, es ist ein schöner Beruf und open-minded zu sein, zu sagen, man kann eben auch mit einem Berufs-, also ich sage mal, mit einer Ausbildung, mit einer bodenständigen Ausbildung und dann lebenslanges Lernen gelernt zu haben oder mitgegeben zu bekommen. Es ist nicht schlimm, man kann eine Berufsausbildung machen in Deutschland und auch in der ganzen Welt hat man die Möglichkeit, immer weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln, offen zu sein für andere Impulse und die dann mitzunehmen, wieder auch sozusagen sich das Handwerkszeug in diesen Bereichen anzulernen und sie für sich zu nutzen. Das finde ich immer auch sehr wichtig. Frau Meifert, ich muss Ihnen jetzt mal ein Kompliment machen aus vollstem Herzen. Das war eines der inspirierendsten Interviews, die ich je geführt habe. Und es war so genial, weil Sie haben auch wirklich so eine wunderbare Art, uns teilhaben zu lassen an Ihrer persönlichen Entwicklung, an dieser lebenslangen Lernen-Philosophie, an der ich muss mich verändern, ich muss aus meinen, ich muss nicht, ich will mich verändern, ich lerne aus meinen Fehlern, ich mache Dinge anders und ich gehe immer weiter und entwickle Dinge, die anderen Menschen helfen. Das finde ich so genial. Das fand ich, ich fand, Sie sind heute meine Inspirationsperson des Tages. Das freut mich. Vielen Dank. Danke. Das war sehr, sehr schön, dass Sie uns an diesen vielen persönlichen, wertvollen Einplägen haben teilhaben lassen und auch für unsere Zuhörer und Zuschauer die Möglichkeit gegeben haben, Unternehmertum so ein bisschen besser kennenzulernen. Herzlichen Dank, liebe Frau Meifert. Sehr gerne.